Ich will in Photopea ein Objekt freistellen. Das heisst, ich will bei einem Bild den Hintergrund löschen, ausblenden oder entfernen. Mein Name ist Pirmin Lehner. Ich habe hier ein Bild, ich habe extra ein Bild genommen, das noch schwierig ist. Hier oben will ich dann den Himmel entfernen und hier unten bei den Beinen wird das doch schon ziemlich schwierig, all dieses Zeug hier zu entfernen. Um die Ansicht auf dem Bildschirm zu vergrössern oder zu verkleinern, kann man hier die Lupe nehmen, aber viel schneller geht es mit der linken Alt-Taste und am Mausrad drehen, so bin ich sehr schnell, sehr nahe am Bild. Und wenn es jetzt hier daneben steht, können Sie die Hand nehmen und das Bild wieder ins Zentrum rücken oder den Leerschlagbalken gedrückt halten und das Bild richtig auf den Bildschirm stellen. Ich will nun den Hintergrund wegradieren. Ich zeige es zuerst mit dem Radiergummi und nachher machen wir es besser. Hier links befindet sich der Radiergummi, es hat hier zwei. Ich nehme den normalen Radiergummi, klicke darauf und jetzt habe ich irgendeine Größe des Werkzeuges, die Größe des Werkzeuges und die Härte, also die Kante, die kann ich hier oben steuern. Und zwar die Größe des Werkzeuges an diesem Regler und die Härte an diesem Regler. Aber ich zeige das auf eine bessere Art. Wenn Sie die Alt-Taste gedrückt halten und die rechte Maustaste gedrückt halten, dann können Sie mit der Maus nach links fahren. Dann wird das Werkzeug kleiner oder dann eben grösser und wenn Sie nach oben fahren, dann wird das Werkzeug weicher und wenn Sie nach unten ziehen, wird das Werkzeug härter. Also ich nehme gerne ein weiches Werkzeug und nicht ganz so ein grosses und lasse nun Maustaste und Alt-Taste wieder los. Und wenn ich hier radiere, dann erscheint so ein komisches Karro-Muster. Das bedeutet, es ist durchsichtig. Das möchte ich eigentlich, aber wenn ich nun so hier durchsichtig mache, dann merke ich, ach, also das geht irgendwie nicht so toll und okay, ich habe es jetzt auch nicht so schön gemacht. Ich beginne nochmals von vorne. Ich klicke hier beim Protokoll auf Öffnen und ich mache das nun besser. Ich wähle ein Auswahlwerkzeug hier. Da gäbe es Objektauswahl und ich nehme Schnellauswahl. Klick darauf. Jetzt klicke ich auf diese Person und ich sehe, ein Teil ist bereits ausgewählt, noch nicht alles richtig. Ich klicke auf die Kappe. Die ist nun auch ausgewählt. Ausgewählt heisst, hier eine gestrichelte Linie geht entlang dieses Objekts. Ich drücke die Leerschlagtaste. Schau mal hier unten nach. Das ist gar nicht so schlecht. Okay, hier beim Fuss, das ist komisch. Auch hier beim Bein und da hat es noch ein paar komische Sachen. Und hier dazwischen gehört der Himmel zum Körper. Der müsste natürlich noch weg. Die Auswahl flimmert also ungefähr um diese Person herum. Ich gehe nun hier beim Auswahlwerkzeug auf Zauberstab. Klick darauf. Und ich will hier den Himmel noch wegnehmen. Also hier oben kann ich wählen, was denn wegkommen soll. Ich gehe hier auf Subtrahieren, klicke hier in diesen Himmel. Das sieht nun so aus, als wäre das ausgewählt, aber das ist nun von der Auswahl weggenommen. Auch das hier soll nicht dazugehören. Auch hier zwischen der Hand, hier rechts und hier zwischen der Hand. Das gehört nicht zur Auswahl. Okay, hier der Stab dahinter auch nicht, aber das ist ein bisschen tricky. Und hier unten, wenn ich hier jetzt etwas noch wegnehme oder dazufüge, dann wird es nur komplizierter. Das mache ich nachher besser. Im Moment sieht es gar nicht so schlecht aus. Und jetzt füge ich eine sogenannte Ebenenmaske hinzu. Hier bei der Palette gehe ich auf dieses Symbol Rastermaske hinzufügen. Und sofort scheint es so, als wäre nun all das schön radiert. Ich sehe hier aber auf der Ebene, das ist nur eine Maske. Hier die weisse Person, die ist noch sichtbar und alles Schwarze ist maskiert. Das ganze Bild ist eigentlich noch völlig ganz. Und wenn ich kurz die Shift-Taste gedrückt halte und auf die Maske klicke, dann sehe ich wieder alles. Und Sie sehen hier, die Maske ist im Moment durchgestrichen. Und nochmals Shift und auf die Maske drücken, dann wirkt die Maske wieder. Warum mache ich das mit der Maske? Jetzt kann ich nämlich hier unten mit Schwarz und Weiss das noch perfekt bereinigen. Ich prüfe nochmals, ob ich hier wirklich die Maske angeklickt habe. Ich wechsle zum Pinselwerkzeug und habe nun hier zwei Farben, Weiss und Schwarz. Ich drehe am Mausrad mit gedrückter Alt-Taste und ich male mal nun hier über das Bild. Und ich sehe, wenn die weisse Farbe eingestellt ist, dann kann ich hier Bildmaterial wieder hervorzaubern. Wenn ich das tausche, jetzt ist hier die schwarze Farbe ausgewählt, dann kann ich das wieder, ja es fühlt sich so an wie radieren, aber das ist reversibel. Das heisst, ich kann das immer wieder korrigieren. Wenn ich hier etwas Falsches gemacht habe, dann ändere ich hier die Farbe und kann das wieder hervorzauben. Und so kann ich nun wirklich präzise meine Auswahl verbessern. Klar, hier sieht das schon sehr komisch aus. Ich verbessere mal hier, was hier noch fehlte. Und wenn ich nun den Körper hier entlang korrigiere, ich wechsle hier wieder auf schwarz, dann ist das ja irgendwie immer ein bisschen zappelig. Und das sieht hier aus wie ein angebissener Apfel. Ich mache das wieder zurück. Wie kann ich das besser machen? Am besten geht es so. Ich stelle wieder auf schwarz um. Wenn ich hier beginne, einen Klick mache. Jetzt drücke ich die Shift-Taste und ich stelle mir eine gerade Verbindungslinie vor. Die kann bis hier nach unten gehen. Ich mache jetzt einen Klick und das wurde gerade radiert. Das sieht jetzt zwar eckig aus, aber es ist gar nicht schlecht. Ich habe die Shift-Taste immer noch gedrückt. Ich stelle mir wieder eine gerade Linie vor. Klick. Gerade Linie. Klick. Gerade Linie. Klick. Und so kann ich sehr wohl, sehr genau diesen Bein entlang korrigieren. Auch hier links. Klick. Shift-Taste gedrückt halten. Gerade Linie. Klick. 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 Das geht wirklich ziemlich schnell. Auch hier unten kann ich auch noch etwas korrigieren, ohne die Shift-Taste zu drücken. Das muss noch weg. Und ich bereinige nun das einmal. Jetzt bin ich beinahe fertig, aber ich bin mir da nicht so sicher, ob da nicht irgendwo noch irgendwelche Seile und Stangen im Bild stehen. Jetzt verwende ich einen Trick, um das sichtbar zu machen. Ich füge hier eine schwarze Ebene dazu. Hier unten beim Neue-Ebenen-Werkzeug. Ich verschiebe diese Ebene nach unten. Ich packe sie, stelle sie hier unter das Bild von vorhin. Die schwarze Farbe ist noch gewählt. Ich nehme hier den Farbkübel. Füllwerkzeug, leere schwarze Farbe rein. Und ich sehe nun, ja, da hat noch etwas gefehlt. Und ich sehe auch hier diese weissen Ränder. Sogenannte Blitzer, die verbessern wir nachher noch. Jetzt muss ich die Ebene hier wieder wechseln. Ich gehe wieder auf die Maske. Und ich nehme wieder das Pinselwerkzeug und korrigiere nun noch diese ganz heiklen Stellen. Die Größe des Werkzeugs, die muss nun wirklich sehr klein sein. Und jetzt kann ich auch hier dazwischen noch radieren. Hm, das war jetzt gerade ein bisschen grob. Ich gehe da nochmals zurück mit Ctrl-Z. Das Werkzeug muss noch kleiner sein. Also wirklich sehr klein. Ich stelle den Cursor hier hin. Shift, Shift, hier nach unten. Und mit immer gedrückt der Shift-Taste geht das nun wirklich gut. Auch diese Insel muss noch weg. So, Alt und Mausrad. Jetzt sind wir beinahe fertig. Ich schaue mir das nochmals an. Ich knipse mal den Hintergrund weg, den schwarzen, und wieder ein. Sieht gut aus. Ich klicke nun auf diese Maske mit gedrückter Ctrl-Taste. Jetzt wird das Objekt ausgewählt. Ich gehe zum Auswahlwerkzeug, denn hier hat es das Werkzeugkante verbessern. Das will ich. Da sind wir. Ich drehe am Mausrad und vielleicht noch Alt und auch Mausrad. Und Leertaste. Jetzt sehe ich hier, dieser weisse Blitzer ist weg, weil hier steht, der Rand sei um drei Pixel bereinigt. Wenn ich hier Null eintrage, dann wird der Blitzer hier wieder sichtbar. Man sieht es hier. Und ich probiere mal aus. Ich setze hier mal ein Pixel. Und ich schaue hier beim Hals, wie sich das auswirkt. Also ein Pixel. Enter. Ja. Und die Kante ist weich geworden. Ich glaube, das ist so gerade brauchbar. Jetzt sage ich hier oben OK. Das ist mein freigestelltes Bild. Ich blende die Ebene hier, die schwarze, wieder aus und speichere das nun als Ping. Also exportieren als PNG. Denn Ping-Bilder können transparente Stellen wirklich transparent darstellen. Das kann das JPEG nicht. Also speichern als Ping. Und hier die Grösse noch einstellen. 100% Qualität. Und speichern. Das war's.